Der Mix ist wieder aus dem Knast raus und passen wir zum Beispiel in Remix. Wie es dir so geht, Frauen fronten und es wegen zu leeren Konten. Gegner wollen Bomben, denken sie leben in Konten, doch komm runter, geh niemals unter. Ich bin Butterfly und nicht die Titanic, bin der Charf, der hier hart in den Arsch fegt. Zwischen Wahnsinn und 187 Panik, ich sage Bitch, doch eigentlich mag ich dich. Brauch ich Geld, bin ich der, der die Schafe tickt? Du bist hart, nein, nur einer, der Schafe fickt. Was für einer bist du? Einer, der die Lage blickt? Oder einer, der jammert, weil er seine Tage kriegt? Ich bin einer, der die Aage rippt, bevor sie eigentlich wissen, was Phase ist. Bildest du dir ein, dass du wirklich Straße bist? Du pflänzt doch, wenn du Strafe kriegst. Komm, zeig allen, dass du kein Hase bist. Wenn es dich runterzieht, so runterzieht, dich dennoch keiner von ihnen unterkriegt. Dann kommen wir beide leicht ins Gespräch. Mich interessiert echt, wie es dir so geht. Wenn es dich runterzieht, so runterzieht, dich dennoch keiner von ihnen unterkriegt. Dann kommen wir beide leicht ins Gespräch. Mich interessiert echt, wie es dir so geht. Slipple, Klassiker und dem X. Ich hoffe, dass ein neues Album kommt und wird feiern. Die Probleme von der Kursung. Die Probleme von dieser Kursung. Vielen Dank.